Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kreprieren. 6666 Wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen, denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. 6666 Wie würdet ihr einschätzen, wie meine innere Sau sie von Hass, Aggressionen und Pessimismus gefügig gemacht? Dunkel und düster, nicht wahr? Der Teufel hat im dunklen Herzen sein Reich der ein Arzt, reines Zimmer. Glück-Körper-Teil von George Floyd, Stalingrad und Aref Hitler. Jetzt höre ich schon die BLM-Aktivistin, sie werden als nächstes hingerichtet. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kreprieren. 6666 Wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen, denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. Sicherlich gibt es da Leute, die gerade wehten, um einen Fluch zu beheben. Keiner eurer Götter kann das vollbringen. Nur eines kann klappen, die wahre Liebe zu finden. Ein ruhiges Leben zu haben, damit mein Körper doch nicht im Inneren zerbricht. Was bisher unausweichlich ist, passiert, dass sterbe ich. Doch der Teufel zieht weiter, nimmt den nächsten menschlichen Wirt ins Visier. Und vielleicht ein handwerkliches Genie, wenn das passiert. Seid ihr besonders gefickt? Eure Waffenarten erblicken dann das Licht. Die DNA wird dann vernichtet, aber langsam und qualvoll. Zeitgleich sehste ich in der Hölle, da ich meine Seele an Satan verkauft habe. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden, denke ich, alle kreprieren. 666 Wunderbar, dass so viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden, denke ich, alle kreprieren. 666 Wunderbar, dass so viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen.